Hi, ich bin Rebecca und vielleicht kennen wir uns ja schon von Ostern 2020 von Adonia Home. Da habe ich einen Tanzworkshop gegeben. Diesmal gebe ich natürlich dann auch einen Kurs für Tanz, aber der ist ganz speziell abgestimmt für unsere Juniors von 9 bis 12 Jahren. Also wenn du Lust hast, dich zu bewegen, zu tanzen, dann bist du bei mir genau richtig. Wir haben vier Kurseinheiten zusammen, in denen wir vier verschiedene Choreografien zusammen lernen werden. Die sind auch in dem Stil von den Junior-Tänzen, die ihr schon kennt, aber wir haben auch zwei neue Stile mit dabei, also seid gespannt. Schnappt euch eure Geschwister, Bruderschwester, eine Freundin, eure Mutter, euren Vater, lernt es zusammen. Ihr könnt es nämlich im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer zusammen lernen, denn vom Platz her brauchen wir so viel, wie ihr dafür habt. Also sehen wir uns beim Choreolernen. O Samad O Samad und O Samad O Samad O Samad